Die USA und Großbritannien haben in der Nacht zum Freitag nach eigenen Angaben mehrere Militäranlagen der Houthi-Rebellen im Jemen angegriffen. Diese Angriffe sind eine direkte Reaktion auf die beispiellosen Angriffe der Houthi auf internationale Schiffe im Roten Meer, erklärte US-Präsident Joe Biden am Donnerstag. Die Schläge sollen nach Angaben der USA aus der Luft und von See aus erfolgt sein. Der britische Premierminister Rishi Sunak erklärte am Freitag, dass die Royal Air Force des Landes an der Seite der USA und mit nichtoperativer Unterstützung der Niederlande, Australiens, Kanadas und Bahreins gezielte Attacken auf militärische Stellungen der Miliz gestartet habe. Wie mehrere Zeugen vor Ort berichteten, wurde ein Militärstützpunkt neben dem Flughafen der Hauptstadt Sana'a sowie ein Standort in der Nähe des Flughafens Da'is getroffen. Ein Sprecher der Houthi-Miliz bestätigte den Angriff der USA und Großbritanniens, Saudi-Arabien zeigte sich besorgt. In dem ans Rote Meer angrenzenden Jemen haben die Houthi-Rebellen wiederholt Schiffe vor der von ihnen kontrollierten Küste attackiert. Viele Frachter meiden daher das Rote Meer und den Suezkanal und fahren einen Umweg über Südafrika, was zu höheren Kosten und längeren Routen führt. 15% des Welthandels verlaufen durch den Suezkanal zwischen dem Mittelmeer und dem Roten Meer. Es ist die kürzeste Schiffsverbindung zwischen Asien und Europa.